Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Grillieren kann wunderschön und entspannend sein. Wer sich aber ausschliesslich auf die Methode Selbstversorger verlässt, kann schnell mal einen Schuh voll rausziehen und enttäuscht und mit knurrendem Magen zusammenpacken. Soweit wollen wir es aber nicht kommen lassen. Neben grillbereitem Fleisch und Boulet offeriert Ihnen unsere Tretterabteilung jetzt auch marinierten Fisch zum Grillieren. Fix fertig zubereitete Fischspiesschen, Crevettespieschen, Schwertfisch, Meerbarschfilet oder Lachsforellen, die sich genauso gut für das Picknick in der Natur wie für die Grillparty auf dem Balkon oder im Garten eignet. Fisch kleben beim Grillieren gerne an, darum sollte man den Rost zuerst heiss werden lassen und gut einölen. Unsere Fische sind zwar fix fertig mariniert und zum Grillieren vorbereitet. Mit den Folieherdöpfeln und dem Kräuterquark nach dem Rezept von Armin Amrain vom Restaurant Le Club schmücken es allerdings noch besser. Die Herdöpfel mit den Gabeln mehrmals einstechen. Alufolie mit Anken bepinseln und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Herdöpfel einzeln einpacken und über den schwachen Glut grillieren. Dann auf einer Seite kreuzweise einschneiden. Den Quark mit Salz und Pfeffer und ein wenig Zitronensaft würzen. Gehackte Kräutchen dazugeben und auf die Herdöpfel verteilen. Jetzt aber zurück ins Studio zum Go-Profit-Superspiel. In der neuen Go-Zeitung konnten Sie schon lesen, ob Ihnen die Nummer auf Ihrer Go-Profit-Karte Glück gebracht hat und Sie bei der Ziehung Baraguchi im Gesamtwert von 20'000 Franken gewonnen haben. Offeriert worden sind die Preise von folgenden Marken. Fructis von Laboratoire Garnier, die Haarpflegelinie mit konzentrierter Fruchtwirkstoff. Rexona Creme Deo, für 24 Stunden Schutz und sanfte Pflege ohne Alkohol. Palmolive Prima, Flüssigseife mit antibakterieller Wirkung für hygienische Sauberkeit. Beldam Körperlotion, pflegt die Haut und schützt vor Feuchtigkeitsverlust. Und Howard Osmocote, Düngekägel mit Langzeitwirkung für die ganze Saison. Herzliche Gratulation allen, die das mal gewonnen haben. Die Einkaufsgutschen werden wie immer Ihnen mit der Post in den nächsten Tagen zugeschickt. Und damit sofort zum Go-Profit-Supertreffer. Es ist das mal der neue Seat Arosa im Wert von 17'060 Franken. Der Seat Arosa bietet Ihnen alles, was ein Auto von seiner Klasse bieten kann. Fortschrittliches Design und hochwertige Materialien. Aussen klein und kompakt und geräumig innen. Jugendlich und spritzig, aber zuverlässig und selbstbewusst. Seat Arosa, das beste Beispiel für ein grossartiges Auto. Dieser tolle Wagen steht heute also auf dem Spiel. Der Profitomat hat vor wenigen Augenblick den Gewinner erkoren. Wir schauen jetzt, wer das mal das Glück hat. Die Gewinnzahl lautet 0, 4, 1, 0, 2, 8, 5, 1, 0, 9. Diese Kartennummer hat also der Go-Profit-Supertreffer den neuen Seat Arosa gewonnen. Herzliche Gratulation. Den Gewinn werden wir auch das mal noch schriftlich bestätigen, damit alles klar ist. Im ersten Teil vom Coop-Studio haben wir draussen Fische grilliert. Auch in der Studioküche ist heute das Fischmenü angesagt. Wie immer mit Armin Amrain. Ja, und zwar gibt es Blunderfilet in einer knusprigen Kornflex-Banade. Immer ist ja nicht Grillwetter. Grüezi miteinander. Die Fischfilet, ich habe diese von Goldstarr genommen. Über Nacht im Kühlschrank auftauchen. Würzen, mit Zitronensaft beträufeln und ein wenig ziehen lassen. Dann gut abtropfen. Zuerst im Mehl, dann im Ei wenden und in den zerbröselten Kornflex wälzen. Die Panaden von Hang gut an drücken. Erdnassöl oder Brotbutter in einer grossen Pfanne erhitzen. Die panierten Filet drin auf jeder Seite 3-4 Minuten Goldbraum wachen. Dann die Flunderfilet auf vorgewähnte Teller anrichten und mit dem Rüeblisalat nach dem Rezept aus der Coop-Zeitung servieren. Das köstliche Gericht gibt wenig zu tun. Und ich bin sicher, dass es auch bei Ihnen und der ganzen Familie gut angekommen wird. Und wir schauen jetzt noch, was man diese Woche bei Coop wieder besonders günstig einkaufen kann. Gaglia Melone aus Spanien kostet per Stück 1,60. Und original Wernli Chocop de Boer kommen Sie als 3 für 2 für 5,90 über. Mit der Coop-Profit-Karte gibt es Alaskaseelachsfilet im Triopack zum halben Preis. Und weil es schon wieder auf die Ferien zugeht, offerieren wir Ihnen den Kabinentrolley von der Marke Delcy ganze 100 Franken günstiger. Sie wissen ja, Coop-Profit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Nicht nur beim Reisegepäck, sondern auch in den Ferien kommt einem die Coop-Profit-Karte jetzt zu gut. In den grösseren Coop-Centern kann man damit nämlich Reca-Checks mit 4% Rabatt beziehen, was sich je nach Betrag ganz schön bezahlt macht. Nach den Ferien fängt für ein Haufen Erstklässler bekanntlich der Ernst des Lebens an. Was der Schulanfang ein bisschen erleichtert, sehen Sie bei uns am nächsten Mittwoch. Bis dann, danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis dann, danke.